Eure Fragen beantwortet, heute mit folgender Frage. Ich bin untergewichtig und möchte ganz schnell zunehmen. In ein paar Wochen werde ich nämlich heiraten. Was hilft schnell? Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Zwei Wege, wie du ganz schnell zu mehr Gewicht kommst. Erstens und selbstverständlich, iss wie du kannst und vor allen Dingen kohlenhydrathaltig. Und zweitens, mehrmals am Tag einen kohlenhydrathaltigen Shake. Und zwar mit Haferflocken und Pflanzenmilch. Es reicht voll und ganz aus, wenn du irgendeine Pflanzenmilch nimmst, ist es völlig egal welche. Siebenmal täglich trinkst du einen Shake wie folgt. Vier bis fünf Esslöffel Haferflocken, 200ml Pflanzenmilch. Der Shake wird getrunken um 6 Uhr morgens, 10 Uhr nach dem Essen, 13 Uhr nach dem Essen, 17 Uhr nach dem Essen, 20 Uhr nach dem Essen, 22 Uhr nach einem kleinen Snack. Und du stellst dir um 1 Uhr morgens in den Wecker und greifst einmal rechts oder nach links zum Nachtdienst und trinkst das. Hiermit wirst du garantiert in einer Woche schon minimum 5 Kilo zunehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Follow da und ein Like.